Für eine Protestaktion, bei der die letzte Generation im Vorjahr unter anderem die Reichsbrücke belagert hatte, haben elf Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten die bisher höchsten Verwaltungsstrafen in Wien erhalten. Die Strafen sind vor kurzem vom Verwaltungsgericht bestätigt worden. Sehr zur Freude von Innenminister Gerhard Kahner. Er sei in diesem Fall sehr, sehr dankbar, dass die Gerichte so entschieden haben, sagte Kahner am Rande einer Pressekonferenz am Dienstag in Wien. Mitglieder der letzten Generation hatten nach einer Protestaktion am 15. Mai 2023 Beschwerde eingelegt. Das Gericht hat sie jedoch abgewiesen. Die Polizei gehe mit aller Vehemenz gegen Klimakleber vor. Und wenn es nun höhere Strafen gebe, soll mir das als Innenminister recht sein, erklärte der Minister auf Nachfrage eines Journalisten. Dass das Gericht mit der entsprechenden Härte entschieden habe, sei positiv, so Kahner. Der betonte, dass er Gerichtsurteile normalerweise nicht kommentiere.